ja hallo zusammen zur letzten folge für diese woche und diesmal sind es auch fünf ich habe darauf geachtet und nicht wieder vier schon am freitag keine mehr gibt hallo so da können wir uns gleich mal zu beginn gütlich tun bis dich ich habe gesagt verpiss dich ok da fehlt aber noch was oder wo denn wusste doch dass auch was fehlt so jetzt fehlt nichts mehr minus 210 schaden foliant brauchen wir beides nicht so ok 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 ist doch mal so jetzt kommt auch noch nächsten monat die endgültige version von 1 0 version von last epoch aus habe ich auch mal gespannt kommen wir glaube ich noch mal zwei oder drei klassen hinzu ich bin mir jetzt gar nicht so sicher ich glaube am 24.02 februar ist eh wieder komplett vollgepackt hey da gibt es dann wohl auch das neue verkaufssystem und wenn ich es richtig weiß fraktionen sollen auch kommen soweit ich es weiß aber ganz sicher bin ich mir jetzt nicht war ja wer oder was schießt auf mich war was stecker wollte mich jetzt echt gerade nerven ich würde ganz gerne meine festen annehmen das möglich wäre aber jetzt mal mit denen die auseinandersetzen kiste können wir uns auch noch mal eben holen so sei gegrüßt du kennst mich nicht aber ich habe von dir gehört ich bin bei wuch vom orden der todeswache deine heldentaten zeigen mir zu recht dass du genau diejenige bist die ich für meine aufgabe bebrauche aufgabe dieser geist seid ihr ein nekromant hast du angst vor kalteros ja ich bin vom orden ich hatte gehofft dass dein außenseiter dass ein außenseiter wie du verständnisvoller mit dem vorurteil umgehen würde mit den leuten von meiner praktik konfrontiert zu werden hörst du dir meine vorschlage alle gleich voll hier angepisst erzähl doch mal was ich tun soll ja ich bin hier um dieses land von mehreren bösartigen geistern zu reinigen ihre verdorbene präsenz hat akovia lange genug zerstört meine meister haben allerdings nicht bedacht in welchem umfang sich diese angestaubten oligarchen mit ihren ehemaligen untertan angeben haben in der akovien undercity wimmelt es von den toten ich gebe zu weit mehr als ich von der hilfe weit mehr als ich mit der hilfe meiner brüder bewältigen könnte aber du du entwickelst dich schnell zu einer kraft mit der man rechnen muss die die welt noch nie gesehen hat so weit würde ich jetzt noch nicht gehen reise in die undercity hinunter und verbanne die geister von numus dreck drett nicht dreck dreck von mir das auch laudus wacker und ruvena kur suche meinen begleiter kalderos beim eingang zu den stufen der folter auf sobald du fertig bist er wird dich zu deinem letzten ziel führen ich werde das mal tun bringt quäste und so weiter und so fort ich weiß jetzt nur nicht mehr wo der blöde einger wir gucken mal hier das hier das ist ja noch schwarz aber ich weiß nicht mehr wo diese blöden stufen in der folter waren keine ahnung und jedes mal suche ich die jedes mal hey freunde da kann da sind sie ja na siehst du wohl glaube ich zumindest dass das sind wartet alte namen wir brauchen nahrung ja alte namen da müssen wir rein dann tun wir das auch gleich weg die folge aufgenommen habe Render ich die, dann versuche ich mich nochmal im Bramble, den Bosskampf. Den werde ich jetzt aber nicht stunden rumprobieren. Habe ich heute echt kein Nuss zu. Entweder ich schaffe den relativ fix und sonst irgendwann demnächst. Hier müssen jetzt gleich Dicke rauskommen oder so, ne? Wusste ich es doch. Ne, doch keine Dicke. Ich dachte hier würden immer so die Dicken und Viecher rauskommen, aber habe ich wohl falschen Erinnerungen. Sohn. So. Da ist noch ein Kistchen. Das Blöde ist, dass ich nicht glaube, dass wir heute noch ein Portal finden. Schade, schade, schade. Das wäre natürlich besonders schick. Aber das wird glaube ich heute nichts mehr. Nee, sie mögen uns nicht mehr nach Sohn ärger, aber auch. Das treibt mir natürlich die Tränen in die Augen. Wo ist die Textseite hingekommen? Textseite, Textseite. Da ist sie doch, oder? Also, wir brauchen noch mehr Teile. Einen von drei haben wir. Da ist sie nochmal mit mir. Die sen片ặ�丟 wird Playtime. Da ist sie genau für euch. I den 4 findet ihr ab. Hm, was soll denn das heute? Auch ihr könnt nicht durch Mauern schießen, das funktioniert nicht. So, das war der zweite von rein. Das macht. Oh, da, wo sie gehen? Oh, wow. So, ain't das. und die die drei hier waren ein kumpels witzender rufen hör mal auf mich zum blitz dings und finde ich okay echt nicht ich glaube ich kann und nie wieder rufen erst mal auf mit dem scheiß echt jetzt mal noch einmal abgeblockt lese in der zwischenzeit war schon wieder zweimal da die pische nebenan tangiert mich mal so genau gar nicht so also wie gesagt ein portal wäre toll und aufgestiegen so 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 hallo freunde so 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 ich glaube das mit dem portal wird wirklich heute nichts mehr da kommen wir nicht durch doch da kommen wir durch so 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 ach da ist das hier okay das war das dritte teil davon tagakowias und sturm böe stimmeln was ist das okay uraltes herz da brauchen wir magnetstein die stelle herstürme stürmische geist von uraltes blitzschaden angestellende irgendein rezept gefunden glaube ich mal haust du mal ab du penner mal haust du mal ab du penner so 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 wie gesagt nach einem portal sieht was ist da denn wartet mal also da geht es weiter irgendwie aber ihr Lieben heute nicht mehr dann müssen wir nächstes mal das normal machen dann ist das so also bis zum nächsten mal tschüss so 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 Vielen Dank.